Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde TTT mit nicht ganz den üblichen Verdächtigen, denn heute ist ein neuer Mitspieler dabei, in dem grüße ich auch schon mal, und zwar der Kartoffelsalat. Guten Tag! Und dann noch der Funky und der Afro. Hallo! Ja, das ist doch mal nett hier, ne? Kartoffelsalat und Schnitzel, also das Gericht steht schon mal für heute, Schoxic. Ähm, ich befürchte gerade was, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Okay. Also ich hab da was auf Verstehen stehen, für den Fazer nicht direkt. Ich hab irgendwie noch keine Waffe, aber die, ähm... Vielleicht ist das die Karte ohne Waffe, wer weiß das, ne? Ich guck mal. Ja, falls ihr es mitbekommen habt, wir testen so ein bisschen neue Maps. Schoxic war nochmal ganz fleißig, hat mir nochmal ein paar Maps geschickt. Und, ähm, ja, es kann natürlich passieren, dass jetzt, äh, vielleicht in dieser Map, keine wirklichen Waffen existieren. Wäre natürlich für ein TTT-Spiel ein bisschen ungünstig. Ich hab's dann nicht aufgepasst, aber wo wir gesponsed sind, waren auch keine, oder? Nee. Okay. Ich will jetzt auch mal hier so ein paar Kisten zerschlagen, aber da fallen auch keine Kupen. Ich glaube, da stimmt was nicht, so waren es. Nee, ich glaub, hier gibt's keine. Jo, dann gehört die Folge mit zu den Outtakes. Ich glaub, da war ein Problem. Irgendjemand ist gestorben. Ja. Dann war's ja auch ruhig, ich bin noch im Leben. Dann ist das ja jetzt quasi mehr so eine Art Verstecken für diejenigen, die nicht später sind. Hallo, ich brauch Waffen. Da oben ist die Unaufenddach. Afro-Schnitzel ist das. Gut, Kartoffelsalat ist tot. Kartoffelsalat hat aus dem Jenseits mit uns gesprochen. Ja, ich glaub, wir haben hier nicht so großartig die Möglichkeiten. Ja, wir können sie ja nicht wirklich verteidigen. LOL. Ja gut, dann, ähm, würde ich sagen, wechseln wir mal die Map. Das hat da jemand Waffen gefunden, also ich hab jetzt hier nichts gefunden. Naja. Sie ist was schön gemacht, ne? Also, das muss man mal sagen, sie ist schön gemacht, aber... Also, wirkliche Waffen gibt's leider hier. Ich darfst du da oben ne Waffe? Keine. Nur weil ich Traitor bin. Oh, verdammt. Dann mag ich das halt jetzt mit der Brechstange. Wir schon sehen, was da war. Ne. Gibt ja nix. Gut, okay. Dann machen wir das jetzt mal so. Und dann gucken wir uns doch mal die nächste Karte an. Hätte ich mal die Seite offen gelassen, ne? Erst inniger gewesen. Ja, gut. Also, Notiz für mich Outtake. Wir wechseln die Karte. So, Schox, weil das so schön geklappt hat, natürlich darfst du nochmal die Ansage machen. Das tut mir leid. Nein. Nein. Ich möchte die nicht. Du machst die auch noch. Sag ich mal. Doch, doch, doch. Du machst die auch noch. Ich werde dich jetzt nochmal an die Alte orientieren, um viel zufolgen, so kreativ zu sein. Nicht in dieser Aufnahme-Session. In der letzten Folge vielleicht. Ja, sag ich, guten Tag. Ja, reicht ja. Das ist ja schon mal ne Ansage. Ich mein, es gab Leute, die haben nur geschwiegen und wir haben uns gefeixt, aber... So, jetzt können wir gleich jetzt mal vorher gucken, ob es hier Waffen gibt. Und du kannst ja, glaube ich, auch restarten, oder? Ja. Ich habe Munition. Ah, okay. Ja, Munition heißt aber nicht Waffen. Wir hatten auch schon... Ne, es gibt Waffen. Okay. Gut. Dann die Ansage. In 3, in 2, in 1. Und go! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde TC. Ich begrüße euch, äh... Gerade, glaube ich, zum zweiten Mal, weil es eben technische Komplikationen leider Gottes gab. Und wir grüßen natürlich auch, äh... Einen neuen Mitspieler, und zwar den Kartoffelsalat. Und noch zwei übliche Verdächtige, den Afroschnitzel und den Punky. Hallo. Hallöchen. Schönen guten Abend. Ja. Ähm. Ah, da werden Erinnerungen wach, Afroschnitzel. Hast du recht, äh, Merkner? Ich habe einen Revolver. Ja, die Karte kennen wir. Die Karte kennen wir. Ha. Am Revolver, Leute. Am Revolver? Ja. Was meint ihr denn hier für ein Tänzchen? Ha? Tänzchen, mein 44er-Megner. Oh. Auf in die Bahn. Und tschüss. Bist du schuldig? Das ist die erste Klasse. Hä? Bist du schuldig? Ach. Hinter dir! Schweige. Wo ist das wohl? Leute, ich habe so eine Speedcola gerade gefunden. Jetzt geht es richtig. Ich habe einen Magnum und eine Speedcola. Weg, raus, ziehe. Bist du dann jetzt die Cola aufs Speed oder was? Wahrscheinlich. Ich bin jetzt sehr schnell. Ich bin jetzt sehr, sehr schnell. Was ist das hier? Ich glaube, da gibt es eine Kollision mit den Schienen. Ja, jetzt erzählt mal so, was ein bisschen so cool ist bei euch. Was habt ihr denn so für Waffen? Ich habe eine Waffe von Munition. Und ich schmeiß die Waffe weg. Das ist ja interessant. Ich habe eine SG-550. Und beim Schnitzel habe ich gerade eine Diegel gesehen. Nee. Kann nicht sein. Ich habe keine Handfeuerung. Dann hätte ich mich hier verguckt. Hm. Hm. Das ist komisch. Dabei sage ich dir doch, meine Augen hat es zu guter Augen. Oder war das ein Märchen? Hm. Man weiß es nicht. Gut, okay. Was ist aber denn hier schönes? Gibt es hier was Neues? Ne, hier gibt es nur Leerregale. Toll. Dann gehst du extra hier hin, wegen leeren Regalen, ne? Und was war's? Nichts war's. Aber wenigstens gibt es einen Aufzug. Ich bin ganz faul. Ja. Ja. Gehört's ja. Wenn ich den ganzen Tag Kartoffsalat und Schnitzel, äh, sie tue, dann musste ich mich wenigstens noch bewegen. Ansonsten ist das nächste Fortbewegungsmittel die Rolle, oder wie auch immer das heißt. Kuckuck. Von hier, hier los. Was hast du denn für Drogen genommen? Wer schießt? Was schießt du? Funky schießt. Ich hab überhaupt nicht geschossen. Warum unterstellst du mir, ich hätte geschossen? Hä? Ich hab geschossen. Warum? Warum schießt du? Weil ich... Ich hab gedacht, hier geht's rein, aber... Dann hör auf zu denken. Das ist Sachbeschädigung, was du da getan hast. Das ist dein Gehust. Weißt du, was das kostet? Das ist eigentlich im Klaren. Das ist ganz schön teuer. Boah! Hat sich ein bisschen Geld da gelassen, Schnitzel. Aber ich muss mal ganz kurz hier weg. Tschüss! So, so. Sehr schönes Debüt. Nein, nicht. Was war das denn? Das war die Mannigan, die ist jetzt auch neu. Was so? Die hast du doch vorhin selber gehört. Aber ich wusste nicht, dass die so ein... Ich höre dasselbe nicht, wenn ich damit getroffen werde. Ein deutsch schlagender Erfolg hatte die. Ich sag, ich selber höre das nicht, wenn ich damit getroffen werde. Wunderbar. Ob zumindest bei der nicht. Hilfe! Ich hab keine knüftigen Wacken. Oh, wir sind ja bei Burger Queen. Ich bin ja bei Burger Queen. Ihr nicht. Burger Queen. So, so. Hallo? Jetzt hast du den Revolver. Aber die erste Klasse sah auch schon mal besser aus, ne? Muss man mal echt sagen. Hier, kannst du... Könnt hier auch Glück haben. Lässt man auch nicht mal seine Großeltern sitzen. Oh, die Schwiegermutter. Die lässt man ja auch nicht sitzen. Quartier ist alles vergammelt und... Was weiß ich nicht. Sauberkeit wird ja auch nicht mal groß geschrieben. Und Windows XP. Tschüss. Sicherheitslücke. Bitte einmal alle Windows XP-Rechner zerschießen. Ja, weil ganz große Sicherheitslücke. Ich glaube, ich verschnitte mich gerade verfolgt. Uha. Kartoffelsalat, wollt ihr denn schon erklärt, dass wenn du E drückst, dass ich dann, dass du dann etwas schneller laufen kannst? Oder ich weiß nicht, ob ihr dich das schon geändert habt? Äh. Ich hab dich schon geändert auf dem Schiff. Ah, okay. Warum bist du so verletzt? Kannst du das mal erklären? Hä? Äh, da fliegt ein Schaf. Da fliegt ein Schaf. Ja, gut. Wenn du das sagst und ich gerade Kartoffelsalat noch gesehen habe, wie er läuft, er mich... Ja, hier hinten. ...wenn ich mal mathematische Formeln ansetzen. Das heißt, A minus B minus C von A bis von vier Spielern heißt natürlich D ist. Der Afro. Ah. Ja, gut, ne? Ja. Was denn? Nix. Alles gut. Hast du für Punky erschossen? Im Affekt? Hast du für Punky im Affekt erschossen? Ich? Ne. Wieso? Wieso? Doch. Das dachte ich mir natürlich. Das hat gut. Lock. Bing. Geht das was? Mensch, heute ist ja aber gar keinen Kundenantrag. Hm. Ja, dann tue ich halt das, was ich meine Job hier am meisten machen. Nichts. Okay. Hm. Hm. Aha. Oh. Das ist ja höchst interessant. Das ist ja höchst interessant. Diese Ruhe. Ah, diese blöden Schienen. Äh. Diese blöden Autos. Kannst du mir das nix gehören? Du hast nix gehören. Du hast nix gehören. Bin ich bei dir. Ah, nee. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ah, ich bin... Das ist doch... Ah, ah! Ah, fuck... Ich bin... Das ist doch... Die blöden Schienen, das hört mich mal an in. Ich bin... die ist schon was ist los wie was ist los wieso bitte schön kann aber dass du mich erschossen ja du das war das waren tötungen eines unschuldigen und dann dazu hast du mich getötet jetzt musst du dir aber echt mal schuldig vorkommen weil sie geht so nicht weiter mich doch nicht töten hallo grüße dich ich glaube punky wollte mich gerade töten mit einer plasma granate dann kann man dich mit einer plasma granate töten die nur die die an mir dran wirst ach so hast du noch die ereignisse mit der bowlingkugel im kopf was kathol salat hat punky getötet warum macht das unter euch du hast ja noch getötet nee 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 hätte dir zu früh etwas sagen müssen ja gut Ja, gut, nie, ne? Ich bin so. Das geht ja alles vom Server theoretisch. Ja, was war das denn? Maya hat mich was gefragt. Ich muss jetzt mal kurz gucken, wie ich das Problem ich ihn jetzt hier mache, so schnell. Kann ich Panzorti hinzuziehen? Ja, kannst du machen. Könnt immer noch drei Runden warten, weil dann beginnen wir... Ja, Schatz, ich kann... Also nach dem Motto Hüpf erspringen, ja. Super. Hallo, Kartoffelsanger. Hallo, Panzorti. Hallo. Oha, was ist das? Was hast du denn für'n Staubsauger? Ich? Ja, du klingst so weit weg. Hast du es umgezogen? Nee. Jetzt besser? Äh, jetzt ist es klarer. Bist du gerade am Laptop oder so? Nee, 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 alles gut, jetzt passt es. Jetzt ist alles schick. Schön zu lassen. Nix ändern. Mein Revolver. Okay. Ich gefunden. Ey, auf die, ich würde geschossen. Warum schießt du auf ihn? Das war Schocksäck. Okay. Warum schießt du auf ihn? Warum schießt du auf ihn? Warum schießt du es mir in die Schuhe? Okay, jetzt wird's... Wow, jetzt wird auf mich geschossen. Das ist Schnitzel. Versteckt sich da oben. Vielleicht gleich sterben. Ich bin vergiftet. Ah, das ist gar nicht wahnsinnig. Der kommt jetzt auch noch hoch. Du musst mich mal heilen. Tja. Voll mit der Apule von der Leitung runtergekommen. Das hat aber schon mal. Hat er einen Abgang gemacht. Ich dachte mir so, oh, jetzt ist die Chance. Alle Munitionsvortragsvorräte aufgeboren. Schnell zum Revolver. Ich weiß jetzt, wo der spawnt. Wenn er spawnt. Hab ich ja den Weg. Hallo Schocksäck. Hast du den Revolver aufgenommen? Nee, ich hab nur ein Gewehr. Okay. Und ein Brecheisen. Dann ist alles in Ordnung. Dann hab ich nichts gesagt. Dann bin ich... Nee, dann ist es in Ordnung. Hättest du jetzt den Revolver aufgenommen, dann weiß ich. Den Revolver würde ich aber schon mal gerne sehen. Das ist ein 44er Magna. Ja, ihr zu. Echt? Denn... Der spawnt nur ein Mal auf dem Revolver. Ich hab lieber nicht... Also hier ist Kartoffelsalat. Nee. Oh. Ich? Hier? Ja, da. Ich hab'n gefunden. Wen? Den Revolver. Achso. Mein neuer Lieb. Ich hatte den Schnitzel gefunden. Also ich hab jetzt Kartoffelsalat und Schnitzel? Ich bin glücklich. Ja, Schnitzel hatte ich mich auch schon gesehen. Schnitzel, komm zu mir. Wir müssen... Wir gehören zusammen. Hallo Schocksäck. Hallo. Da ist noch ein Panzerorti. Hallo Bunky. Hier ist ein Ferngespräch an der Zielefondsstelle. Ein Ferngespräch? Die Beilage, der lauft doch nicht weg von mir. Ferngespräch zum Mars. Ist aber sehr verkratzt, das Gespräch. Da ist es so... Die Elon Musk ruft an vom Mars. Ich hab' Angst. Die Zielefondsstelle mag mich nicht. Die muss sterben. Oh, mir geht das Zufett ein. Echt? Das ist ein Wainspray. Ich hab' einen Revolver. Hallo Korn. Lass mich raten, du wirst ihn einsetzen. In einem spannenden Show-Oder. Hallo Schnitzel. Hallo. Die Frage ist, wer ist es jetzt? Ne, ganz klar. Der hat die Frage gestellt. Also Schnitzel. Ne, ne, ne. Ich kann es nicht schon wieder so sein. Was haben Sie denn hier vor? Aha. Hier ist eine runtergefahren. Aha. Ey, bleib mal schön weg von mir. Du schießt schon wieder her. Ja, ich hab' die Absperrung da kaputt. Okay, Vorsicht. Sach-Burchschädigung. Wer schießt da? Börser, ich kann dir vertrauen, ne? Hinter uns! Ja? Ja, ich. Ganz ruhig. Hallo Punky. Hm. Wer hat die Schärmung kaputt gemacht? Ich hab' ich nicht. Ich hab' gedacht, du hast mich gesehen, als ich da herkam. Wie bitte? Ich hab' gedacht, du hast mich gesehen. Aber dann hast du dich erschreckt. Ja, auf dem Boxing ist schon wieder verdächtig ruhig. Punky, stehst du rum? Ja, sorry. Die Maya hat mich abgelenkt. So, jetzt bin ich wieder da. Nein, du kannst da nicht drauf. Dauert noch einen kleinen Moment. Ist der schoxig. Ja, die Zuschauer, ihr kennt das, ne? Wenn die Freundin einmal ruft, dann fragt man nicht, Schatz, was möchtest du? Nein, dann springt man gleich. Grins. Da kam der Bumbo rangeflogen. Wo? Ich hab's genau gesehen. Ja, wo? Panzer-Otti, 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 was? Panzer-Otti? Thomas! Verdammt, ich hab' keine Militär. Da lauf' ich dem Treader auch noch in die Arme. Wie krank ist das denn? Otti. Otti, Otti, Otti. Ja, ja. Der Otti, der zeigt sich von seiner besten Seite. Ja, natürlich. Immer doch. Aha. Jetzt krieg ich locker. Das ist nicht gut. Achso? Das blöde ist, ich kenn' die Map noch nicht. Hüpfen wir euch blau die Tische rum? Mhm. Und Mikrowellen und so? Das ist nicht gut. ... ... ... ... ... ... ... Moment. Wer lebt denn jetzt noch? Ich habe den Überblick verloren. Redet alle mit mir, finde ich in Ordnung. Eigentlich müsste er sich automatisch herunterladen, wenn er sich einloggt auf den Server. Eigentlich müsste er sich automatisch herunterladen. Man kann nur dann auf keinen Korb." Oh ja. Ich würde mich nicht sagen, ist der Fall der Fall. Und er ist nicht zuer. Kann man ihm einschließen? Ich hätte einen Geheimdreherber. Oh ja! Ich werde einen Geheimdreherber. Ich komme zuerst einmal auf's. Ich habe mich zweimal wiederbelebt. Zweimal. Sehr schön. Also, Panzorti. Das war schon eine ganz schön fiese Nummer. Ja, ich habe den Bumerang zum ersten Mal in meinem Leben benutzt und ich habe einfach nicht getroffen. Sehr schön. Danke, dass du gestorben bist. Du hast aber sehr gut gemacht, dass du es getötet. Also, mich hat er nicht getötet. Ich bin nur noch nicht getötet. Okay, Afro ist tot. Nee, Afro ist nicht tot. Hä? Will zu, ne? Achso, das war vor Rundenstart. Das war vor Rundenstart. Das ist klar. Fast runtergefallen. Zum Glück, wieso bist du Traitor? Hallo, Schnitzel. Was hat du mal? Was hast du da für eine Waffe? Was hast du da für eine Waffe? Hast du den Revolver? Ist halt eine Magnum. Hast du den Revolver? Du hast einen Revolver. Was ist da so toll? Vorsichtig sein, das ist die heilige Waffe. Anti-Heilige? Ja, dann. Es gibt keine mächtigere Waffe auf der Welt. Yeah, keine mächtige. Auch kein Raketenwerfer. Mit C-Fan-Optik. Nee. Gibt nichts mächtigeres. Spahnerei. Er ist eigentlich gerade eben gestorben bei der Explosion. Weiß ich nicht. Kann ich mir hallo sagen? Hallo. Ich bin es nicht. Ich auch nicht. Ich bin es auch nicht. Und jetzt? Aha. Ja, hast du probiert den Fahrstuhl ein? Ja. Hast du kommst aus dem Fahrstuhl raus? Also ich blick ja schon irgendwie mehr durch. Na, na, na. Kartoffel. Schon wieder? Schon wieder Kartoffel weit? Hä, was? Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Na? Wollt ihr die IP? Du musst ihm erklären, was ich dir mal erklärt habe. Mit Steam. Du musst ihm das erklären, was ich dir erklärt habe. Bei Steam. Die Server-IP muss er haben. Sonst kommt er gar nicht da rein. Er sieht sie ja sonst nicht. Ne, ne, warte mal. Komm, die Flüster-Bänder. Ich flüster. Das hast du gemacht. Du musst auf Steam gehen, auf Anzeige, auf Server und dann steht die Server-Adresse. Und das musst du lokal erklären. Viel Spaß. Kriegst du hin. Ich glaube an dich. Ich hab nichts gemacht. Was soll ich gemacht haben? Ist doch für dumme über den Mett? Hallo Schoxi. Grüß dich. Also eben hieß es noch, dass es nur Kartoffelsalat. Also, das heißt, kann doch nicht vermutet, dass... Vielleicht wollte er auch Kartoffel-Gartin sagen. Oder Hunger. Kartoffel-Gartin. 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 Oh. Warten. Kartoffel-Gartin. Jo. Hat Mod. Jo. Das war's dann mit unserer doch sehr schnellen Runde TTT. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.